Herzlich Willkommen zu mal was ganz Neuem. Wir testen ein Spiel. Wir heißen Fukushalm und ich und wir testen, wie ihr sehen könnt, Blind Trust. Hallo, lieber Fukushalm. Hallo, hallo. Hab ich dich gerade Fukushalm genannt? Ja, ich weiß es auch nicht, was du da redest. Wir testen ein neues Spiel. Wir haben die Spiele beide im Konzept Blind. Das heißt, keine von uns hat sich die Spiele angeguckt. Das erste, was ich sage, muss ich selber, das ist auch wirklich immer geil. Ja, gemütlich. Ich finde es schön, tut mir leid. Da hast du ein bisschen was von alten Rollenspielen. Ich probiere mal, ein Game to create. Ja, mach mal. Standardnahme. Ich bin, warte mal, Kastorik, oder sollte ich, ich habe keine Ahnung, ich bin mal Oryg. Kannst du sehen, jetzt auch Feindgegnest? No servers found. Gar keinen. Gar keinen. Mach du mal einen Server. Ähm. Hast du? Ich habe auf create game geklickt, aber es passiert nicht. Du musst einen Namen davor eingeben, dann kannst du Server machen. Da ist unten so ein Enter Game Name. Hast du gesehen? Ja. Feindgegnest. Kein Server. Kann ich dir vielleicht über Steam joinen? Kannst du einfach, vielleicht wenn du Dunkelschelm da rein tippst, in das Namensfeld und dann Feindgegnest drückst. Vielleicht klappt das dann. Nein. Okay, ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Cut. Äh, finden raus, wie das funktioniert, dann melden wir uns bei euch wieder. So, scheiße, es fängt ja gut an. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, es hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben es geschafft, einen Server zu erstellen, dass wir spielen können. Ja. Man sieht viel gut. Ich drück auf joinen. Drückst du auch auf joinen? Endlich. Nach langer Arbeit. Drückst du auch auf ready? Da steht jetzt, geht nicht, weil sobald ich auf joinen klicke, steht da, du hast disconnected. Okay, wir machen nochmal neu. Gehst du bitte raus aus dem Server? Hihihi. Okay, brauche ich zu raus? Ich bin raus, ja. Guck mir das nochmal. Ich hab dir das Server erstellen. So. Join. Ich soll ein Soulfest spielen. Ich hab keine Ahnung mehr, was es ist. Du kannst es wieder nur Oracle oder sollte dich? Kein Plan. Der Oracle ist der, äh, ich hab das ein bisschen durchgelesen, so läuft so halt irgendwie wohl rum und, äh, ja, ich muss dir das irgendwelche akustischen Signale rüberschicken. Und du hörst, äh, oder musst denn laut Kopfhörer... Was geht's jetzt los? Ja, keine Ahnung. Noch kann ich nichts tun hier. Klick mal nochmal auf ready, vielleicht geht's dann? Ich bin schon in einem Bildschirm hier auf einer Welt, so. Also ich kann hier nur noch nichts tun. Oh Gott, ich hör fast gar nichts. Ich hab jetzt, ich hab irgendwie noch Hängebild, ich kann noch gar nichts tun. Das kann ich auch. Okay. Ja, doch, wir spielen dieses Spiel Combat Blind, wir haben beide keine Ahnung, aber noch gar nicht. Hm. Also lang, langsam wird auf der Welt jetzt alles so mit gelben Punkten vollgesprenkelt. Ja, mir auch. Ich hab aber sehr wenig Frames gerade. Ich hab keine Ahnung, ich kann hier nichts anderes gucken im Moment. Ich muss meinen zweiten Monitor ja leider ausmachen, weil das Spiel sonst immer auf dem startet. Okay, und jetzt, was ist jetzt nun? Ich hab Geräusche auf Rohr, ach du Scheiße. Ich hab so Rauschen, also so Windgeräusche und so was? Du sollst ja auch viele, du sollst viele Geräusche auf dem Ohr haben. Das Spiel schickt dir ja Geräusche und laut diesem, äh, Ping-Ping-Geräusch irgendwie sollst du ja erkennen, wo ich bin. Achso, ich bin blind. Du bist sozusagen blind, ja. Ah. So. Und du musst tauchen. Und, äh, die Monster, du hörst irgendwelche, ja, du hättest dir vielleicht mal die Game-Beschreibung durchlesen sollen. Dafür hab ich nicht. Wenn du die Monster hörst, musst du in die Richtung ein Spell abfeuern, so, und dann krieg ich die Monster irgendwie revealed und kann die den töten oder was weiß ich. Ach du Kraft, ey. Aber bisher seh ich ja immer noch diese komischen, äh, gelben Punkte, die so langsam mal dahin und mal verschwinden und... Ja. Ist das das letzte Ladebild schon? Das könnte sein, aber er lädt schon recht lang, oder? Ja. Wie gesagt, die Idee dahinter des Spiels ist so unglaublich gut. Und ich würde es so gerne mit dir spielen. Ja. Wir machen nochmal einen Cut und warten einfach, bis das Ding ist gleich wieder. Und hoffentlich irgendwann mal da ist. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Ich glaube, ich hab gerade mitten in die Aufnahme reingezelt. Scheiß drauf. Wir haben jetzt unsere Firewalls ausschalten müssen, kannst du mal Freddy klicken, wunderbar. Wir gucken jetzt, wie ich da habe, aber nicht. Ich... Ach, das ist ja geschiss gerade. Aber du musstest auch auf Freddy klicken. Ach nee. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Dieses hübsche Bildschirmchen hatten wir gerade eben schon mal. Ich noch nicht. Bei mir wartet es noch. Ich hab noch nichts. Also, bei mir habe ich wieder diese schöne Welt hier mit dieser... mit diesen gelben Pünktchen. Ah, jetzt hab ich zumindest kein Tun. Und erst mal Bienen-Summen auf dem Ohr. Ja, ich auch. Und diesmal gehen diese Bild, diese gelben Punkte schneller hin. Hm. Bei mir nicht wirklich. Oh, Mann. Bing, bing, bing. Was? Bing, 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 bing. Bing, bing. Oh, ich glaube, zu Summen. Nachher kriegen wir noch Ärger mit der Gema. Äh. Was soll denn das? Oh, du hast Disconnected. Nein, du hast Disconnected. Nein, du hast Disconnected. Nein, du hast Disconnected. Wir probieren es nochmal. Ja. Kannst du ja mal bei Crenate Game reingehen. Ich hab ein Server gemacht. Oh, jetzt hat mein Game Grunt gecrashed. Ach, dein Game war das? Du hast Disconnected. Jetzt hat gerade Nachdem ich jetzt gerade versucht habe, wieder reinzukommen in den Server, sagt er Your Game is Disco Your Game is Crashed. Oh, boy. Ey, ich lade es auf jeden Fall hoch. Egal, wie das jetzt hier ausgeht. Ist mir so scheißegal. Oh, ey. Juhu. Dann haben unsere Zuschauer 20 Minuten im Stadtbildschirm von einem Spiel, was sie dann nicht sehen werden, weil es nicht geht oder so. Oh, what? Naja, noch ist nicht aller Tage Abend. Ne, wieder die gelben Punkte auf den Gebirge. Ich seh noch immer noch nichts. Oh, ich fang mit Matonus aus. Na doch nicht. Ah, jetzt. Oh, ich kann spielen. Oh, ich... Ich seh halt gar nicht. Ach du Scheiße. Go to the checkpoint near the Oracle. Vision will blurt when far from the Oracle. Okay. Das kommt gerade von links von mir. So, jetzt stehe ich neben dir. Das ist auch um einiges klar. Nein, du stehst. Die kommt gerade von hinten. Ach, du musst dein Task erst finishen. Da kann ich was machen. Ach so. Ah, kannst du bitte mal ein Beacon platzieren? Ach du Scheiße. Hast du mal Beacon gekriegt jetzt? Noch nicht? Also, ich bin jetzt hier ein Stückchen, hab mich bewegt, aber im Moment kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen oder sowas. Er ist noch ein bisschen buggy anscheinend. Ja. Ich hab jetzt die zwei geile Sonne, die sehe ich zumindest. Okay. Er ist nur doof, dass ich mich jetzt hier nicht biegen kann. Das macht wenig Sinn, oder? Hast du jetzt ein Beacon platziert, oder nicht? Ähm, ich hab's versucht. Ist dein Game wieder gecrashed? Nicht, dass ich wüsste. Also noch nicht. Okay. Aber kann gut sein. Kann gut sein. Ich hab mal auf, es geht bedrückt. Ach so geil. Wenn ich auf es geht, geht es mal, die Kopf ist bei dir auch? Ja. Ach, wie geil ist das denn? Aber ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Kein Meter nicht. Okay, das ist mir mal nicht. Ich sehe den Trickpoint, wo ich hin soll, aber... Du steckst fest. Wir disconnecten noch mal und connect noch mal bis gleich, meine Damen und Herren. Um jetzt zurück zu sein, wenn ich ein Soldier, go to the checkpoint near the Oracle. Visual will be blurred, da hinten, oder? When far from the Oracle. Wait for the Oracle to finish her task. Was musst du machen? Press VHS for D to identify the direction to the B-Sound is coming from. Ja, das musst du es machen. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, ist das auch schon in der B. Go to the second checkpoint. Du hast es gefunden. Ach hier. Once the soldier plays Beacon. Press F to play Beacon and emit the sound for the Oracle. Hab was platziert. Du kannst zu mir kommen. Warte. Du bist vorweigelaufen. Das ist ein bisschen buggy. Ah, jetzt bist du da. Du bist durchgelaufen. Wieder zurück. The monster is visible. Shootable for crossbow. Fix up gate. Locate and shut it. Ich sehe kein Monster-Dingens. Was bist du denn? Hey, hier sind Pfeile. Solange du am Quatschen bist, höre ich auch nichts an Throwning. Ups. Okay. Ich mach das Spiel nochmal ein Stückchen lauter hier. Ah. Man kann nicht springen, okay. Höh, Leute. Ich hab mich mal durch die Steine gebackt. Hö. Hab's. Jetzt musstest du... Ja, du kannst jetzt den Key aufsammeln. Hier. Komm da hin. Wunderbar. Jetzt musst du, äh, warte. Hier hin. Fuck. Hier hin. Sehr geil. Okay, das heißt, äh, du musst mir vertrauen. Aber das ist so richtig schwer, auch mit dem Hören. Und wo kommt das nur genau her? Aber irgendwie geil von, 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 von der Idee her. Von der Idee her ist es cool, ja. Äh, achso, ich muss dich ja führen. Hier hin. Hörst du ein Monster oder sowas? Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Hier hin. Ja, ich war gerade im Weg, Entschuldigung. Die Kollision, das funktioniert tatsächlich. Hast du ein Monster? Was steht jetzt? Was steht? Hast du ein Monster? Nö. Dann gehen wir hier hin. Du kannst das Spiel auch ganz, ganz, ganz laut machen. Du bist egal. Sehr gut. Hörst du jetzt ein Monster? Weil hier ist was komisches. Ich hörde auch gerade was komisches, aber das war kein Monster. Hier sind wir das nicht an, als ob jemand einen Bogen abschießt. Ups, Entschuldigung. Hörst du? Absolut, ich bin ja taub. Ich hör das ja nicht. Also kein Monster? Wenn du ein Monster haben willst, dann musst du warten, bis sie einkommt. Gut. Das musst du ein bisschen langsamer gehen, weil hier wird es lustig für dich. Äh, hier hin. Du musst genau da hin. Und fliegst du runter. Weiter. 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 Passt. Hier hin. Wunderbar. Hier hin. Das ist interessant. Heilige Scheiße. Und hier hin. Jetzt bist du dann bist du wieder frei. Ja, eigentlich ein bisschen nach links, aber ist egal. Ey, nicht so weit vor. Da steht. Ähm. Hörst du was? Hörst du was? Nö. Vogelkitz, bitte. Ja, keine Ahnung. Ich hör nichts. Hörst du was? Hörst du was? Ich hab noch kein Zauberer geworden. So, äh, dann geh mal hier hin. So weit hat man. Und, so weit hat man grown hast, opa, lapp-tschöne gar. Sag was, ne? Ja. ich platziere doch die bieten ist immer dann wo ich denke wo wir hinlaufen müssen ich habe keine ahnung ich habe wirklich kein klassischer das ist interessant das spiel ganz ehrlich wenn du möchtest kann ich dir gerne erklären wie die welt aussieht das ist nicht so ganz einfach so lokalisieren weil du hörst es auf beiden ohren du musst irgendwie dann genau dahin laufen wo es ungefähr gleich ist okay wir sind die daten so ein bisschen eine feldige landschaft mit ein paar bäumchen ich habe noch nichts geblendet ja so ein paar echt lustig aus dem bäumchen und wir gehen uns durch so eine gebirgsschlucht okay okay da zum biegen du bist gut du findest den biegen auch an so bin ich da dagegen gelaufen sag nochmal gegen meinen biegen die ich dann weg gemacht habe weil du da weil du doch davor standest wie so ein bisschen box vom berg wunderbar du lächst what the fuck ist denn das naja geh mal bitte hier hin und sag mir ob hier ein monster ist weil das glaube ich das ist die richtige richtung wunderbar weiter 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 stopp ist hier irgendwas das sieht sich total geil hier sind band gemälde mit irgendwie ganz obstrusen sachen ich hab blau und stelle du hast das kollektor du bist das kollektor kann ich noch kann ich feiten ich kann nicht feiten die geschichte wieder da hihihi mann das hat spaß gemacht noch nur aber ich will ich nur sagen das macht definitiv spaß so will ich auch nicht sein habe ich nur beiden seiten angekuckt also nach ansehen schwierigen und er hat er hat er hat er hat er hat er auch aber auch man sehen uns gleich wieder im neuen spiel ist gleich herzlichen kontakt ist das ist noch nicht bei uns haben es kann nicht so machen sie gerade Prozent Prozent ich kann ja noch nichts machen von hinten Prozent Prozent dieser Bissau wieder macht die Biermann ich mag keine Bienen übrigens Ja, ja. Aber Honig ist gut. So. Kannst du den Biken platzieren? Oh Gott, ist das schwer. Wrong Direction. Ja, nicht ganz richtig. Immer noch nicht richtig. Halt, 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 halt. Zurück, zurück, zurück. Wasser, Wasser. Das ist schwer. Das ist auch nicht schlecht. Ja, sag ich ja. Also jetzt bist du mitten in einen Felsen reingelaufen. Bei mir kommt es aber von da. Ja, ja, ja. Jetzt ist hier wieder Disconnect. Gerade mal etwas für scheißig zu kämpfen. Hatte beim Laufen, ähm. Also du hättest nicht noch 90 Grad nach rechts drehen müssen. Dann wärst du in die richtige Richtung. Ich hab noch mal ein. Wir machen das nochmal. Oh, Mann. Warum funktioniert denn das nicht? Weil das Spiel an sich wäre super. Ja. Aber es ist... Okay, wir machen das Ende mit der Aufnahme. Ähm. Machen wir mal ein Fazit. Macht keinen Sinn. Also, meine lieben Damen und Herren. Ähm. Nummer eins. Man kann das heute halt fast nur über LAN spielen. Das empfehlen die auch. Wir spielen das gerade über Hamachi-Server. Vielleicht liegt es auch daran. Keine Ahnung. Aber für uns, das Spiel leider komplett unspielbar. Vom Spielprinzip her, leck mich am Arsch der das Geier. Da kann ich wirklich Stunden mit verbringen. Ja. Also, definitiv. Das ist wirklich mal ein Koop, wo jeder seinen Part zu machen hat. Und, äh, wirklich auch der andere auf den anderen angewiesen ist. Der eine auf den anderen angewiesen ist. Ich könnte das, glaub ich, echt Stunden verbringen. Du, wenn ich beide, wenn ich mal wirklich zu dir hochkomme. Machen wir das an dein Punkt? Du hast ein Larkabel, oder? Ähm. Es findet sich sonst eins. Und dann spielen wir das. Und das nehmen wir dann auf. Weil dann, glaub ich, habe das Problem nicht. Weil dann haben wir das Problem nicht. Komm mal auf, das Spiel. Passt. Ähm. Aber das, vom Spiel, von der Spielidee her wirklich genial. Also, ich hab ja bei beiden noch mal kurz reingeguckt. Wir machen das mal so kurz. Wir beide geben so Starrating von 1 bis 10. 1. 0 ist Bullshit und 10 ist das beste Spiel ever. Ich würd denen 7 geben. Leider kommt es unspielbar. Daher geht's für den Grundlauf in 3. Aber vom Spielprinzip hätte 7 bis 8. Also, vom Spielprinzip her würde ich auch sagen, liegt das so zwischen 6 und 7 bei mir. Da es im Moment, äh, einfach zu buggy ist. Oder, man weiß ja nicht. Es ist montan echt unspielbar. Für uns beide so unspielbar. Deswegen, für uns beide jetzt so unspielbar. Aber, ne, aber, so, deswegen würde es da im Moment auch so zwischen 2 und 3 liegen. Weil, geht halt nicht. Aber, von der Idee her definitiv. Wir sind eine recht hohe Wertung. Ja. Mal was ganz anderes. Hoffentlich erinnere ich mich dran an die, ähm, 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 anbelangt zu 7. Also, 10 Sterne, wo so 6 bis 7 ausgefüllt sind. Hahaha. Alter, 6 und halb, äh, 7 ist unsere gemeinsame Wertung. Von dem her würde ich sagen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs zukommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir ein Spiel für euch testen. Bis dahin. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Oh, es ist jetzt ungefähr eine Woche her, ja, oder eineinhalb, dass wir The Blind Trust aufgenommen haben. Oder The Blind Trust aufgenommen haben. Wir haben es heute nochmal gespielt, alleine für uns und komplett durchgespielt. Und wir hängen euch jetzt diesen, ja, dieses Audio mit hinten dran. Einfach, weil, ja, warum Dankeschön, warum? Ja, ähm, weil, wir haben ja schon gesagt, äh, irgendwie in dem Video, dass das Spielprinzip wirklich hervorragend ist. Und jetzt, wo wir es hingekriegt haben, das auch, äh, vernünftig zum Laufen zu kriegen, ja, das Spiel ist einfach grandios, so. Äh, es ist zwar sehr, sehr kurz, leider, aber es ist einfach nur genial. So, dieses Spielprinzip, der eine führt den anderen so, es ist saumäßig schwer als Orakel irgendwie sich zu orientieren, ne, der andere steht dann so dumm neben und guckt, wie der da irgendwie, der Orakel denn so komisch durch die Gegend war. Und gleichzeitig bist du verantwortlich für das Leben des Orakels. Genau, genau, aber gleichzeitig muss man auch die ganze Zeit halt Augen, äh, offen halten. Es ist ein unglaubliches Spielerlebnis. Also, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hab jetzt, ich bin vielleicht nicht grad der Älteste, nicht grad der Jüngste, ich bin noch einiges jünger als, äh, als Dunkelstein, aber, ähm, das, ich hab, früher gab's bei dieses Spiel Fly, kennst du das? Nee, sagt mir nicht. Nee, falsch, das, 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 das hieß The Plan. The Plan war auch so ein Spiel, was einfach Eindruck hinterlassen hat und, ähm, ganz ehrlich, das war bei Blind Trust, das ist ja so ein Spiel, das hinterlässt einen Eindruck. Das flashte ich, als wir es dann durch hatten, das ist ein Eindruck gewesen, das ist, wow, also, ich bin grad echt, wir haben es jetzt vor fünf Minuten fertig gehabt und haben gesagt, komm, das müssen wir mit ranschneiden, diesen, diesen, diesen Moment festhalten, weil, das war so unglaublich, also, tut mir leid, so unglaublich, da hab ich grad echt, ich geb, ich möchte meine Spielwertung nochmal verändern und ich geb ihm das Spiel, allein wegen Eindruck und, vor allem, also, was dieses Spiel schafft, es schafft eine Atmosphäre, die so unglaublich greifbar ist. Du bist, wir haben, also jeder von uns beiden hat ja beides mal gespielt, ähm, als Jäger guckst du zwar, du fühlst dich ein bisschen verantwortlich, du musst diese Rätsel mitmachen, das eine Rätsel zumindest, aber du siehst halt alles, du hörst aber nichts mehr. Wow. Und als Orakel bist du so komplett darauf fixiert, deine Umgebung wahrzunehmen, so mit diesen paar Hörsachen, die du hast, das ist ein unglaubliches Erlebnis, eine unglaubliche Atmosphäre und das tut mir leid, weil ich so, ich hätte das Spiel noch zwei Stunden länger spielen können, wenn die Story so gegangen wäre, ne? Es hätte gerne etwas weiter gehen dürfen, das finde ich auch, also, äh, ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen was hinterher. Oder ein zweiter Teil, aber, äh, ein unglaubliches Spiel. Definitiv, spielt es mal an, Leute, also das ist wirklich etwas, äh... 10 von 10. Ja. Meine Meinung. Ja. Also, sorry. Ähm, ich geb mal 9 von 10, weil es wirklich sehr kurz war. Ja, aber dafür, was das Spiel gemacht hat, ist es ein 10 von 10. Was das Spiel gemacht hat, ja, das, also neuneinhalb von 10. Also, gemeinsam sind wir bei neuneinhalb, aber das ist ein unglaubliches Spielerleben, ich würd's jedem empfehlen, jederzeit. Es sind vielleicht nur eine halbe Stunde Maximum Spielzeit, wenn du schnell bist. Naja, nicht mal. Nicht mal. Ähm... Was hatten wir jetzt? 25 Minuten, glaub ich, hatten wir gebraucht. Ja. Und ich hab am Anfang echt, ich war am Anfang halt so reckel, echt ne, ne Wurst, ne? Ja. Ähm... Ähm... Aber... Diese 25 Minuten, die lohnen sich. Ich... Da habt ihr ein... Also, ein... Boah. Ich bin sprachlos. Ich hab selten ein Spiel gehabt, dass es mich einfach sprachlos gemacht hat. Dieses Spiel... Ist unglaublich. Kann ich bestätigen. Normalerweise sappelt der ununterbrochen. Es... Ähm... Ich muss tatsächlich den Leuten, den paar Leuten, die das gemacht haben, sagen, vielen Dank für dieses Spiel. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und... Das war ein tolles Erlebnis. Ja. Das ist ein Erlebnis. Das ist kein Spiel. Das ist ein Erlebnis, das du hast zu zweit. Verstehst du? Es ist endlich mal wieder ein Zusammenspielen. Ein pures... Und... Ein richtiges... Wenn man das nur online machen will. Aber es ist wirklich mal wieder ein Kooperationsspiel, wo der eine auf den anderen komplett angewiesen ist und... Also meiner Meinung nach ein... Es ist kein Spiel, es ist ein Erlebnis. Ja. Und damit möchte ich das schließen, diese... Ja, dieses extra Audio. Vielen Dank, liebe Entwickler, für dieses Spiel. Leute, ganz im Ernst, bitte, bitte holt euch dieses Spiel, spielt es mit euren Freunden und habt dieses unglaubliche Erlebnis. Richtig. Das macht einem das Herz ein bisschen größer. Dem kann ich mir auf jeden Fall nur anschließen. In diesem Sinne wünsche ich euch hoffentlich einen schönen Tag. Kann ich mich nur anschließen. Und sag... Ja, ich euch auch. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Warte. Ja. Vielen Dank.